Musik Musik Achtung Achtung Start! Und Also Orpheus ist ein berühmter Sänger. Orpheus liebt Eurydice. Oder Eurydice. Dann, oh je, wird Eurydice von der Schlange gebissen. Die deswegen als Schatten in die Unterwelt fahren muss. Er klagt, Orpheus klagt eigentlich die ganze Oper über. Der heult nur die ganze Zeit. Und beschließt in die Unterwelt zu gehen. Die Götter lassen sich erweichen und geben ihm die Gelegenheit, sie aus der Unterwelt herauszuholen unter einer Bedingung. Da er seine Prüfung besteht, nämlich nie mit ihr spricht. Der Rückweg beginnt. Ja, und wie es halt so kommt, das macht er trotzdem natürlich, weil sie natürlich auch die ganze Zeit jammert. Er bittet ihn, sie doch anzuschauen, ihr doch zu antworten. Da er das aber nicht macht, ist sie ganz verzweifelt und in diesem Verzweiflungsmoment hält er es nicht aus. Ja, er ist auch nur ein Mensch. Sie dreht sich um und sie ist natürlich dann zum Tode verdammt. Zunächst unsere Grundidee ist, dass wir verschiedene Aufweisvertonungen nehmen, die wirklich in sich sehr verschieden sind und auch aus sehr verschiedenen Zeiten kommen. Und wir haben, und das ist das Besondere an unserer Inszenierung, zwei Schlussvarianten. Aber es gibt uns die Möglichkeit, die Geschichte zu drehen. Was will die Eurydike eigentlich wirklich? Wie steht die zu der Liebe? Was für eine Beziehung hat die zu dem Aufweis? Und will die überhaupt geholt werden? Sehnsucht. Macht der Musik. Spießigkeit. Freude. Emanzipation der Frau. Unbefreundlich. Bohem. Tragik. Verrat. F furious. F Alpha. Verrat. Waala. Aus. Vor. Be. Tür. erc Untertitelung. BR 2018